Wer schafft die meisten Liegestützen in 60 Sekunden in Deutschland? In den letzten Jahren gab es immer wieder Fitness-Challenges, bei der eure Lieblings-Influencer an ihre Grenzen gegangen sind. Wir hatten die 1000-Liegestütze-Challenge. Hiermit, Freunde, stelle ich mich nochmal meiner 1000-Liegestütze-Challenge. 10.000 Kalorien in 24 Stunden verbrennen und essen. 10.000 Kalorien verbrannt, check. 10.000 Kalorien gegessen, check. Es gab die 1-Stunde-Klimmzug-Challenge. Wie viele Klimmzüge schafft man in einer Stunde-Challenge nominiert hatte? Und während Corona auch die 30-Sekunden-Liegestütz-Challenge. So viele Liegestützen wie möglich in 30 Sekunden zu machen. Ich dachte mir, warum eigentlich nur 30 Sekunden, wenn 60 Sekunden doch viel spannender sind? Da zeigt sich wirklich, wer nicht nur aufgeblasene Muckis hat, sondern ob auch wirklich was dahintersteckt. Aber so eine Challenge funktioniert nicht ohne Regeln. Deswegen habe ich folgende Regeln aufgestellt. Erstens, die Ellbogen müssen in der untersten Position mindestens zu 90 Grad gebeugt werden. Und zweitens, die Ellbogen müssen in der oberen Position wieder ganz gestreckt werden. Natürlich sollten sonst die üblichen Punkte, die bei einer Liegestütze wichtig sind, eingehalten werden. Damit sich auch wirklich keiner verletzt. Ich werde mich natürlich nicht schonen, sondern die Challenge mit meinem Versuch heute starten. Let's go! All these moons only making you stronger Don't give up now, yeah, you gotta climb When we give it to all until the end of time We ain't going nowhere We'll be standing right here Until the end of time Until the end of time We ain't going nowhere We ain't going nowhere We'll be standing right here Until the end of time 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 Wir suchen den, der die meisten Liegestützen in 60 Sekunden schafft. Markiert alle Menschen, die an der Challenge teilnehmen sollen. Influencer, eure Kumpels, vielleicht macht ihr ja auch selber mit. Ich werde mir alle Versuche anschauen und bin gespannt, was für Maschinen hier eigentlich in Deutschland wirklich rumlaufen. Und wir finden heraus, wer schafft die meisten Liegestützen in 60 Sekunden. Wenn euch das Video gefallen hat, einmal Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen anzumachen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!